Die Hofbäckerei, die Königliche im Kronengut Bornstedt. Täglich geöffnet ab 8 Uhr mit leckerem Brot, Kuchen, was das begehrt. Wir haben auch Glück mit dem Wetter heute. Mit einer traumhaft schönen Außenterrasse. Das Kronengut Bornstedt mit der Bäckerei und Veranstaltungsräumen. Hier nochmal auf den schönen Eingang. Die Hofbäckerei, Grunengut Bornstedt. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.